und damit herzlich willkommen auf einem rosting kanal und zu einer weiteren runde mit willy and friends wir haben ja welche dann recht erinnern nach der 1 überstanden und wir versuchen nach 2 zu verstehen nach 3 sogar schon ja legts mir morsch war ich wirklich so gut zwei nächte geschafft joss sagte zu mir nur ja so geht nur die ich weiß nicht mehr energie wo weiß das ist unfaire mit dem energie hier ist noch keiner, hier ist noch keiner. Schade, es gab ja kein Gimmick, aber der Willi ist ja noch da, der Willi ist noch da, der Willi ist noch da, wo ein Willi ist, ist auch ein Weg. Ich hätte so gerne ein Gimmick. Ah, warte mal, ich muss mal gucken, wie, ah ja, mit Steuermattlicht. Oh, die Willi ist weg. Nein! Die Willi ist weg. Die Willi ist weg. Oh, diese Kamera im Auge behalten. Energy. Oh, das ist voll stressig zu spielen. Weil die Energie auch so schnell rumgeht. Aber hier ist noch keiner. Das ist immer gut. Das ist immer gut. Energie, 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 Energie. Oh, voll stressig. Aber ich habe richtig viel richtig Laune. Mir gefällt's. Mir gefällt es gut. Yo, 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 baby, yo, baby, yo. Mal schauen, ob wir nach drei überstehen. Wäre natürlich cool, oder? Das wäre nicht schlecht. Dann hätte sich das Let's Play wenigstens gelohnt, ne? Weil mittlerweile haben wir 1.40 Uhr. Montagfrüh also, wo ich das jetzt hier aufnehme. 1.40 Uhr. Was macht denn der alte Mann um die Uhrzeit? Let's Plays aufnehmen. Und dann, jupi, 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 jupi. Aber erst noch hier ist noch keiner. Ho, ho. Ho, voll stressig. Hier ist noch keiner. Ah, da kommt schon wieder einer. Oh, da kommt schon wieder einer. No. No. Oh. Oh, das sind sie Freunde. Oh, da lachen sie. Das ist die Lochin. Noch lachen sie. Haut's ab. Haut's ab, ihr. Oh, Sack, Zeme, Loll, Lü, 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 Suki. Energie, 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 Bruchenergie. Bin ich eigentlich letztes Mal gestorben? Oder habe ich nach zwei so aufgehört? Ich weiß es gar nicht. Oh, ich habe so eigentlich... Ich spiele halt einfach alles in viel zu viel Mind, wollte ich sagen. Da gucke ich mal durcheinander, welches Spiel habe ich jetzt so und welche so und... Voll Stress. Aber ich liebe das. Habe ja sonst nichts zu tun. Als alter Rettner. Oh, sie sind weg. Sie sind weg. Energie. Oh, die Energie geht so schnell rum. Was war das für ein kleines Vieh? Was war das? Lass mich die Energie holen. Mach nicht immer... Was war das? Was war das? Oh, Jesus Christ. Was war das? Ich habe das Spiel verarscht. Habt ihr das gesehen? Wenn ich auf der linken Maustaste gedrückt halte, geht die Energie nicht runter. Ein Bug! Ein Bug! Tja. Ist jetzt eigentlich unfair, ne? Seht ihr, wenn ich loslasse, geht die Energie wieder runter. Wenn ich jetzt draufbleibe... Wenn ich jetzt gedrückt halte, und gehe da wieder zurück, dann ist die Energie wieder voll. Seht ihr? Ein Bug! Ach, Mann! Ja, ich glaube, nach drei überstehen wir ganz locker. Ganz easy. Easy. Weil die Energie geht auf jeden Fall nicht um Flöten. Ah, dann kann ich das letztendlich durchzucken. Kann ich zu den Akten legen? Ach, warum nur ein Bug? Warum nur? Irgendwann muss ich halt loslassen. Ne, muss ich nicht. Irgendwann... Gimmick? No, okay. Yes! 5 o'clock, 5 o'clock... Delip, 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 delip. Bam, bam, bam. Gelieb. Yes! Hoho, wir haben es geschafft! Strike! Das ist jetzt eigentlich unfair, ne? Aber muss erst mal drauf kommen, ne? Aber so, kann ich euch vielleicht das Ende zeigen. Oh, vor allem Minigame! 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 I wanted to have a new birthday. Night 4. Ich hasse Geburtstage. Mag ich nicht. Das ist etwas, was ich gar nicht mag. So wie Weihnachten, Silvester, Sonne, Wärme, Geschenke. 12.00 Uhr. Ähm... Äh... Okay. Yippie! Mal schauen, ob es etwas stressiger wird. Oh, ich hab echt volle Energie. Na, wie kommt denn sowas? Wie kommt denn sowas zustande? Ich leg mich mal hier rum. Mal schauen, was es alles so gibt. Oh, Teddy! Ich habe einen Teddy! Teddy! Teddy, Teddy! Was? Den, 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 den Nachtfeeer, Willi! I will survive! Hey, hey! Was ist die Ere? What? Er hat einen Fehler! Ein Fehler im System! Wenn ich noch die Zeit schneller rumgehen würde, wäre nicht schlecht. Aber ich versuche, den Rest hier so spannend und interessant zu halten, wie nur möglich. Tut sich... What? Halt mir diese Geräusche! Da ist noch keiner. Da blinkt, blinkt Miss Eroh. Shut up! Wäre cool, wenn jetzt ein bisschen häufiger diese... ...eep, eep, als dass diese Viecher da sind, kommen würde. Da wäre es natürlich cool. So ein bisschen mehr Stress. More stress for me, please! Aber ich gucke nicht mal hier rüßend rum. Ich will ja nicht so unfair sein. Da muss ich ja von der Energie weggehen. Halt doch mal, er ist im Flur gestanden. Habt ihr gesehen? Böse! Shut up! Oh, es ist erst zwei! Oh, sie sind wieder da. Meine Freunde! Kommt ihr? Kommt ihr nicht? Sie kommen. Sie kommen! They are coming! Ich weiß genau. Aber sie haben uns ja ein bisschen im Auge behalten hier. What? No, das wollte ich eigentlich gar nicht. What? Energy! Oh, ja, ich... Man darf sich nicht so sicher fühlen. Ich kriege ja noch eine Krise hier. What the hell? Willi, 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 where are you, where are you? In Nacht 3 haben wir gepackt. Jetzt sind wir bei Nacht 4. Night 3, Night 4, Night 5. Oh, da waren wir schon am Flur gestanden. Diese Made. Wo bist du? Oh, es ist schon 4. Erst. What? Wo sind sie denn jetzt? Ich sehe sie nirgends. Ich kann sie verfolgen. What? Ich habe so einen trockenen Mund. Ich muss was trinken. Bist du? Von wo kommt er denn? Wieso? Ja, ist aber noch da oben. Oh, es gibt's doch nicht. Komm doch jetzt mal. Zeig dich. Zeig dich. Ah, ist noch. Where is so low? Come out. Come here. Wo bist du? Wo bist du? Er kommt nicht. Er will jetzt verarschen. Aber er ist noch hier. Er ist immer noch hier. Weil nur der Willi. Jetzt ist es wieder weg. Oh, war trotzdem stressig, oder? Ah, scheiß Energie zu links. Die machen... What? Die machen der Mund noch trockener. Der kopflose Willi. Der kopflose Willi. The headless, Willie. The headless, Willie. Where's my coat? Where's my cat? Where's my head? Damn, are you my head? Hello head Why, why, why? Tell me why I don't like Mondays Tell me why I don't like I don't like I don't like I don't like Mondays Es geht weiter Nach fünf Ich sollte aufhören zu singen, oder? Besser ist dat Where is my head? Ich bring hier mal noch ein bisschen Action rein, Leute Extra für euch Aber warum hat der keinen Kopf? Hier hat er doch einen Kopf Hier hatte er mal einen Kopf Aber hier hat er keinen Warum hat er keinen Kopf? Warum rennt er rum ohne Kopf? Fragen über Fragen Hier ist noch alles ruhig Bin mal gespannt, was nach fünf kommt Ob es dann auch noch eine ominöse Sechsenacht gibt Hier, 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 hier Out of order The rusty man is out of order Und wie gesagt, es gibt davon Wenn mich nicht alles zeugt Oder ich bin ganz blöd Arbeitet der Entwickler Ganz, ganz arg An Einer neuen Neueren Version von Und das werde ich auf jeden Fall ausspielen Und ich glaube, er ist ziemlich am Ende damit Also könnte bald rauskommen Denke ich mir mal Denke ich mir mal Aber ich soll das Denker aufhören Where is my head? Where is my head? Where is my fucking head? Sagt man nicht, gell? Fufu head Fufu head Gut Warum hat er keinen Kopf? Das würde mich mal interessieren Warum er keinen Kopf hat Wo war er jetzt? Der hat der Headless Ich möchte nochmal den Kopf losen sehen Der will nicht wieder hier Oh, ich verdrück Ich seh der Ich mach What? 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 Ich mach's etwas spannender Ich bleib nicht nur immer hier Auf dem Ding Das ist nicht so langweilig Aber ich muss jetzt erstmal wieder Energie Wieder voll machen Aber ich möchte doch wissen, wo der Kopf los war Wo ist mein Kopf? Erinnert sich? Kriegst du noch voll? Shut up Shut up Ich glaube, er hat ihm den Kopf geklaut 100%ig hat er ihm den Kopf geklaut Du Dieb Du bist der Seaf Gib mir meine Hände Beg Oh, ich möchte gerne wehen Oh, da ist er wieder Unser Freund Oh, da ist er Die Flöschel Oh, ich bin bitte voll Ich habe den Überblick verloren, Leute Saferoom Er ist im Saferoom Oh, 4 Uhr 4 Uhr Jetzt sitzt er wieder hier Seht ihr? Ich gehe auch ab und zu von der Taste runter Wenn ich da umschalte What? Hier 5 Uhr Oh, mein Gott Wo ist mein Kopf? Ich möchte wissen, wo mein Kopf ist Gib es zurück zu mir Da kommt keiner Oh, sie kommt wieder Sie kommt wieder Oh, ich bin da Sie ist immer noch da Kommen nicht Sie kommen nicht Yes Puh Aber man kann es ja ohne das schaffen Aber schon ein bisschen stressig Ich muss aufs Klo Shit 6 Uhr Jetzt bin ich aber mal gespannt Was passiert Closing Willian Friends Restaurant Closers of the bodies Were found within the animatronics As many questions about what happened to the animatronic But the owner said No one needs to know what happening Also So viel ich verstanden habe Billian Friends Restaurant ist geschlossen worden Und keiner soll wissen Warum Wieso Weshalb Wir haben Extras bekommen Extras 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 Hello Extras Ich kann sie nicht einklicken What? Wieso geht es nicht? Shitty Shitty Damn Damn Ich möchte Extras Extras Jetzt verrasch ich mich Ich habe auf den Teddy geklickt Auf Ding geklickt You better hope For the future What? Kann ich jetzt noch laufen? Ich klicke ihm aufs Auge Und dann kommt das Ich möchte zu der Tür Ich klicke ihm wieder aufs Auge Verwehrend, oder? Ich möchte zu der Tür Wieso kann ich hier nichts tun? Also ich klicke ihn an Und dann kommt das Kann aber nichts tun Komisch Da muss es doch irgendwas geben, oder? Extras Wenn ich die Extras anklick Gehen sie nicht Wenn ich jetzt Was passiert Wenn ich auf den Load Game mache Night 5 Nee Die hatten wir ja schon Schade Extras konnte ich nicht anklicken Naja Dann würde ich sagen, Leute Wir haben nach 3, 4, 5 überstanden Extras konnten wir leider keine mehr anschauen Ging nicht Hätte ich euch gerne gezeigt Aber wir konnten den Dings so anschauen Und keiner weiß warum Wieso Weshalb Ah, jetzt ist die Energie runter Das passt ja Jetzt sterben wir Und Und Ja Oh, da kam er Passt ja genau zur Abmoderation Vielleicht klappt es jetzt mit den Extras Maybe Game over Game over Game over Game over Game over Jetzt sind die Extras weg Ist ja jetzt egal Ja Leute Das war Willi & Friends Wir haben es durchgespielt Ich bedanke mich bei euch für's Zusehen Schreibt mir gerne in die Kommentare Was ihr für das Spiel haltet Und ich werde auf jeden Fall Die neue Version dann aufspielen Sobald sie raus ist Werde ich sie euch präsentieren Ich hoffe ihr seid wieder dabei Das war Willi & Friends Vielen Dank für's Zusehen Genießt das Leben Habt euch lieb Vertragt euch Haut euch nicht Habt Spaß miteinander Enjoy the life Vielen Dank Goodbye Thank you Euer Rentner Ciao Ich bin schon ganz verwirrt Ich brille's dir wieder aufs Klo Tschöööööö Danke